Moin Leute, herzlich willkommen im Werder-Schnack heute aus Valencia. Ich habe euch ja im letzten Video gesagt, ich mache Urlaub, allerdings kann ich es mir natürlich trotzdem nicht nehmen lassen, was zu unserem neuen Mittelstürmer zu sagen. Ishak Belfodil, ich hoffe, ich spreche ihn direkt mal richtig aus, aber auch da werden wir sicherlich in den nächsten Tagen die richtige Aussprache kennenlernen, erfahren von ihm selber sicherlich auch in den Interviews. Und es war nochmal sowas wie ein Last-Minute-Coup von Baumann, wieder mal ein Name, den keiner auf dem Zettel hatte, ganz, ganz Baumann-typisch, eigentlich hätte man damit von vornherein rechnen müssen. Kein Origi, kein Beric, kein Unwa-Chu. Es ist ein Spieler, den wir jetzt erstmal geliehen haben, wo ich dann auch selber denke, das ist auf jeden Fall ziemlich gut, dass wir das so gemacht haben, dieses Konstrukt. Eine Million Euro soll die Leihgebühr betragen. Für zehn weitere Millionen Euro soll man sich den Spieler kaufen können. Und es ist eigentlich ein ganz guter Deal, wenn man bedenkt, dass auch schon ein paar Premier League-Clubs vorher mal dran gewesen sind und Lüttich den eigentlich für deutlich mehr nicht abgeben wollte. Und auch sonst ist es ein Spieler, der ein sehr, sehr interessantes Profil hat. Auch so ein bisschen als Wandervogel bekannt. Acht Vereine in den letzten acht Jahren. Das spricht jetzt nicht unbedingt für sowas, was Fußball-Romantiker als Vereinstreu nennen. Nichtsdestotrotz können wir in Bremen hoffen, dass eine sofortige Verstärkung darstellt. Mit elf Toren aus 24 Spielen hat er auch eine ganz gute Quote in Lüttich gehabt. Und auch bei uns soll er jetzt erstmal so ein bisschen die schwächelnde, in Anführungszeichen, Offensive unterstützen. Und er will da so ein bisschen ein neues Leben einhauchen. Interessant, wenn man eigentlich bedenkt, dass sich der Spieler selbst im Interview eigentlich eher so als Spielmacher, hängende Spitze beschreibt, der auch gut im Dribbling, im Zweikampf ist. Und allerdings aber auch noch hinterher geschoben hat, dass er offensiv alle Positionen spielen kann. Ich glaube, in Bremen wird er tatsächlich als klassischer Stürmer gesehen, der vor allen Dingen auch mit einem Profil von über 1,90, die nötige Kopfballstärken mitbringt. Er ist ein Wandspieler, den man jederzeit mit einbringen kann. Dann einer, der den Ball nicht nur halten kann, sondern auch noch was mit dem Ball am Fuß kann. Das ist für so große Stürme auch nicht selbstverständlich. Wir dürfen ja also gespannt sein, wie er sich im Bremen schlägt, wie er einschlägt vor allen Dingen. Es ist ja auch keine garantierte Verstärkung, das muss man ja auch sagen. Er galt ja früher als riesengroßes Talent. Zuletzt ist er so ein bisschen raus aus dem Radar bei größeren Vereinen. Das ist er ja nicht umsonst. Er gilt halt außerhalb des Platzes so ein bisschen als schwierigerer Charakter. Aber auch das wird man dann halt mal so ein bisschen in Bremen sehen, wie er sich da einfügt, wie Nuri ihn in die Mannschaft eingliedern kann, wie die Mannschaft ihn aufnimmt. Da wird sicherlich auch die sportliche Qualität und seine sportliche Leistung ein entscheidender Faktor sein. Dass er eine gute Grundausbildung genossen hat, kommt ihm sicherlich zugute. Er ist halt zwar Algerier, aber in Frankreich groß geworden. In den Akademien von PSG und Olympique Lyon spricht auch dafür, dass er eine technisch gute Grundausbildung hat. Alles in allem muss ich sagen, bin ich sehr, sehr froh, dass wir da zugeschlagen haben, hier ein Gesamtkonstrukt vorgefunden haben, das für Bremen stemmbar ist und für uns vielleicht auch wirklich mehr Chance als Risiko ist. Natürlich müssen wir halt mit den Erwartungen vorsichtig sein. Es ist halt auch ein Spieler, er kann floppen, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber dann ist halt wie gesagt bei der Leihgebühr der Schaden nicht allzu hoch. Er kann aber halt auch voll einschlagen. Und ich glaube, wenn er Bock hat auf Fußball in Bremen, dann ist das halt echt ein interessanter Mann, der uns wirklich in naher Zukunft direkt weiterhelft. So Leute, was sagt ihr zu Baumanns Last-Minute-Coup? Wie findet ihr unseren neuen Stürmer? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche das natürlich auch im Urlaub irgendwie zu lesen und zu beantworten. Bin da aber etwas langsamer, verzeiht es mir, weil ich hier dann doch ein bisschen mehr Urlaub machen will. Ansonsten Leute, Länderspielpause, bald geht es wieder los mit dem Weiter mit Bundesliga. Bis dahin, hasta luego Leute.